Wusch! Und herzlich willkommen zu meiner Rune-Tour. Viele haben ja gesagt, hey, Maura, du stehst um, dann zeig doch auch dein Zimmer. Und deswegen fangen wir direkt an. Hier ist mein Bett, da schlafe ich immer. Schön gemütlich, guck mal hier mit rotem Bezug und weißem Kissen. Das ist doch die Matratze, ach, dumm Kopf. Und dann haben wir hier, da kommt mein Internet raus. Und hier haben wir meinen Müllbeutel. Hier haben wir noch ein bisschen Bastelzeug, falls ich mal wieder Sachen mit Treppwand basteln will. Katzen oder Vögel. Hier haben wir die coole Heizung. Dann hier ist mein Schreibtischstuhl. Sehr gemütlich. Mein PC. Und ja, das war's eigentlich. Wow. Da ist ein Licht. Wusch! Oh Gott, was passiert? Wo ist mein Bett hin? Und warum hat die Wand plötzlich eine andere Farbe? Und die ganze Folie, mein guter Frühstumpen, ist kaputt. Und das ist ja Brett. Oh Gott.